Wo einst Feuerwehrleute büffelten, zeichnen sich jetzt schon die zukünftigen Grundrisse ab. Insgesamt 8, 2, 1, 3 sowie 4 Raumwohnungen entstehen derzeit. Etliche Wände der ehemaligen Schulungs- und Schlafräume mussten dafür eingerissen werden. Und dabei kam auch manch Unerwartetes zum Vorschein. Ja, man wundert sich manchmal ein Gebäude, was bereits 50 Jahre steht, dass wir dann nicht tragende Wände festgestellt haben. Oder hier oder dort, wo Balken entfernt worden sind, wo wir sie eigentlich vermutet hatten. Das sind so die kleinen Überraschungen, die man erlebt. Alle Wohnungen haben eins gemeinsam. Die Küche wird offen gestaltet und ist somit in unmittelbarer Nähe zum Wohn- und Essbereich. Je nach Größe gliedern sich die Schlafzimmer und Bäder an. Auch eine kleine Abstellkammer ist jeweils vorgesehen. Für wohlige Wärme soll übrigens eine Fußbodenheizung sorgen. Wir haben hier bereits Fußbodenheizung in den Kiefernhack eingebaut. Und wir merken dort, dass unsere Mitglieder sehr zufrieden sind, weil es ein sehr angenehmes Heizen ist über die große Fläche. Und natürlich spare ich auch die Heizkörper ein. Ich habe mehr Stellfläche in der Wohnung. Das sind so einige Argumente pro Fußbodenheizung. Dem heutigen Standard entsprechend bekommen alle Wohnungen auch einen Balkon. Im obersten Dachgeschoss sogar als Terrasse ausgebaut. Und ganz unten wird dem Mieter noch ein kleiner Garten zur Verfügung gestellt. Um.. .. .. .. .. .. .. .. ..